So, dann müssten wir hier einen haben und da drunter. Ja gut, wenn der, warte mal, mach ich den da, setz ich den, ja ne, ich mach den hier trotzdem drunter, ne. Oder? Schon, ne, also auch wenn der, ihr wisst, was ich meine, ne, auch wenn der jetzt nicht sichtbar ist eigentlich, mach ich das trotzdem da drunter, ne, weil das dahin gehört, ist doch richtig, oder? Ja, komm, dann machen wir jetzt mal. So, den weg, den hier hin. So, dann kommt hier einmal dieses hin, dann kommt hier der hin. Obwohl, wenn das in die Wand geht, ne, dann ist das ja Käsekuchen, oder? Hä? Also, ich bin mir nicht sicher. Das müssen wir jetzt nochmal testen. Also, wir müssen nochmal gucken, ob wir das so machen oder nicht so machen. Ähm, weil, ihr wisst, was ich meine, ne. Also, wenn hier jetzt hier so ein, so ein Klotz ist, müsste man ja eigentlich dieses Geländer da draufsetzen, aufsetzen auf dieses Ding, ne. Und nicht, wisst ihr, was ich meine? Also, dann wäre hier Ende und hier drauf würde einer kommen und nicht da auch noch, oder? Oder machen wir den durchgehend? Ah, man weiß es nicht, man müsste es prüfen. So, ja, erstmal ein Bettchen hier. So, der Mond ist aufgegangen. Ich weiß nicht, warum ich singe. So, ne? Hier bin ich mir nicht sicher. Aber jetzt bin ich mir sicher. Ist es so besser oder anders besser? Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. So, erstmal die Treppe bis da unten fertig, weil wir es können. Ähm, okay. Bettchen weg. Oh, jetzt wird es aber hier, ne. Seht ihr, was ich meine? Ihr seht ihr, was ich meine hier, ne? Ihr seht schon, was ich meine. So, ne? So, und jetzt sind wir nämlich am Arsch. Okay, pass auf. Ähm, da muss sowieso so einer drunter. Ne? Und den tun wir jetzt da hin. Weil wir jetzt, ja, ne? So, pass auf. Weil wir ja jetzt hier so rumgehen. Und da kommt der nächste hin. Und da kommt der hin. Wir gehen noch einen raus, ne? Ja, ja. Schon. Du. Oh Gott. Fast gefallen, doch. Wie kriegen wir denn hier Stützkram hin? Also ernsthaft? Wie kriegen wir Stützkram hin? Gar nicht, ne? Okay, pass auf. Dann müssen wir das hier anders machen. Dann müssen wir das so machen. Oh. Und dann geht es hier nämlich runter. Achso, warte mal. Nein. Ich habe es noch gesagt. Ich habe es gesagt. Warum tue ich das? Warum macht er denn sowas? Jetzt höre ich mich an wie Samson. Gott. Ich weiß es nicht. El Samson. Samson. Das ist the half one, ne? Okay. Dann müssen wir hier noch einen machen. Pass auf. Den hier. So, ne? Ja. Und hier machen wir mal direkt ein Geländer drum. So, ne? Boah, stell dir mal vor, sowas hätten wir bauen müssen ganz am Anfang, wo die Dinger noch nicht connected sind. Das ist aber, was ich meine. Also wo ich den noch nicht da draufsetzen konnte. Sondern. Wir hätten das von unten nach oben setzen müssen. Also wir hätten hier rundherum so eine ganze Reihe machen müssen, damit das hier... Ne, egal. Haben wir noch? Ja, wir haben noch eine. Ach, jede Menge. Also was heißt jede Menge, aber das reicht erstmal noch. So, dann. Er ist der halbe. Das heißt, dieser hier wäre der. Dann der. Da ist jetzt die Frage, ne? Wie wir machen. Tja. Aber ich finde das eigentlich schon gar nicht so schlecht, wenn das hier so ein bisschen unterbrochen ist, weil hier... Wisst ihr, was ich meine? Eigentlich finde ich das cool, aber ich mache trotzdem weg, weil... Hier. Hier. Hier Lutschis. Und Lutschetten. Lutschetten. Ähm. Warte mal, der kommt hier hin. Und dann sind wir... Warte mal. Haben wir denn hier irgendwas, was so ähnlich aussieht wie... Was ist da? Ist da eine halbe hier? Warte mal, Moment mal eben. Das ist ein ganzer, ne? Das ist eine halbe. Da muss hier drunter... Der hier. Ja. Er versucht es mit allen Mitteln. Mit allen Mitteln versucht er es. Ähm. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Ja, ich mache den jetzt mal an die Ecke. So. Warte mal. Whatever. Wieso kann man hier hoch? Das versteht kein Mensch, oder? Ähm. Ich glaube... Okay. Dann. Der hier ist der. Das heißt aber auch... Warte mal. Wir müssen hier... So, der muss weg, ne? Ja, okay. Dann machen wir den hier noch weg. Warte. So, ne? Ist doch richtig, oder? Und dann müssten wir das hier machen. Und da kommen die halben hin. So, ne? Oh, ich... Ich glaube schon. Oh ja, dann können wir hier rum. Ähm. Okay, warte mal. Okay. 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 Einmal, zweimal. Und noch welche. Ja, wir haben noch welche. Wie der dann auf einmal dann absackt, ne? So, direkt in die nächste, obwohl ich daneben stehe, auf der anderen Stufe. Schon krass, ey. Also, die Mechaniken waren schon sehr special, würde ich mal sagen, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade gesehen habt, aber das geschulte Auge wird es gesehen haben. Okay. 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 Ich lasse den mal da, wo er ist. Ne? Den lassen wir mal da drüber. Wo wir es können. Hier kommt der hin. Und das heißt, das wäre er und er. Da drüber diese. Boah. Was ist denn das? Jedes Mal, wenn ich den so... Ja, egal. Das ist wie das, ne? So. Ich setze nur einen auf... Ich stehe hier auf der Seite und setze den. Und werde aber direkt für den anderen praktisch bewegt. Aber sehr lustige Mechanik. Wie gesagt, keine Ahnung, was das soll. So, mal eben gucken. Okay. So. Und dann kommen wir hier hin, in die Gegend. Und dann kommen wir hier hin, in die Gegend. Wir können ja nachher noch ein bisschen drumherum bauen, so hier, ne? Um diese Treppe an sich, also diesen Berg noch ein bisschen angleichen, sozusagen. Ähm, ich glaube, das hier ist es schon, ne? Ja. So. Ja, okay, der muss weg. So, jetzt müssen wir erstmal nach oben. Einmal schlafen. So. Wie sieht denn das aus hier? Man sieht das eigentlich gar nicht, ne? Großartig. Ne. Und dann bauen wir, glaube ich, so einen Weg auch. Hm. Mal schauen. Mal schauen, ob wir das so machen. Vielleicht so einen Weg auch, wie diese Brücke. Einfach weiter bis nach Hause. Wäre auch nicht schlecht, ne? Das wir dann so ein bisschen geordnet haben. Und dass das nicht alles gleich aussieht, weißt du? Das finde ich eigentlich auch ganz wichtig. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Dass das nicht alles gleich aussieht. Du. Ja, das sagte ich gerade. So, so. So, so, so. 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 So... So, und irgendwann kann man auch nicht mehr runterfallen. Das ist das Schöne. Das finde ich gut. Auch wenn ich da stehe, ne? Also ich bin ein Klotz, fast anderthalb weg. Und der boykottiert mich, ne? Also dann kann ich den nicht da hinbauen. Das ist schon lustig. Also wie die... Nein! 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 Das wollen wir nicht! Das ist... So. Nein. Wer ist es? Der? Jana. Da war da noch einer drunter. Warte mal. Muss ja eben hier. Dahin muss ich, ne? Ja. So. Warte mal. Beim Halben. Halb drüber. Passt, ne? Ja. Oh. It's a Skeletto. Somewhere. Oh. 22 haben wir noch. Sehr gut. So. Bin mir nicht sicher, ne? Boah, das braucht aber ganz schön viel Zeug hier, ne? Also. So. Lass uns mal hier weitermachen. Ähm. Moment. Wo sind wir denn jetzt hier? Das ist ein ganzer. Ein ganzer, ne? Das heißt, der muss weg. Da muss der hin. Sitzen in diesem Berg. Tatsächlich sind da... Ist da eine Höhle drin. Hier in dem Berg ist eine Höhle. Und da sitzt da ein Viech drin. Ja, ne? Das ist das, was hier gerade passiert, ne? Okay. Warte. Moment. Jo. Steht mal fest, ne? Oder der steht hier drunter. Es kann auch sein, ne? Der hier drunter steht. Unter diesem... Diesem... Weg hier. Also der Brücke. Ähm. Was haben wir denn hier? Boah. So. Ähm. So. Dann... Warte mal. Wir müssen da hin, ne? Also... Wo ist denn der? Ja. 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 Okay, da müssen wir zumachen hier, ne? Warte mal. So. So, finde ich ganz cool. Okay. Ähm. 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 Warte mal. Der... Wird der hier. Und... So, und dann müssten die hier rumgehen, ne? Die in die Richtung. Also, das heißt... So, warte mal. So, und... So, und... So, und... So... ... Schwing, 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 schwing. Schwing, schwing, schwing. Da muss er sein, ne? Hmm, dann müssen wir das wohl von unten machen. Denn, weil wir sind nämlich hier und das wäre... Also muss ich jetzt hier runter. Einmal hier runterknallen, dann die hier hin machen. Die Ecke machen wir voll, ne? Mit irgendeinem Kram wieder. Warte mal, was haben wir hier? Die hier. Hmm, zweimal, ja, ne? Ja, zweimal. Dann hier. Warte mal, können wir hier runter? Boah. Okay, dann machen wir das mal so. Warte mal, Moment. Jetzt sind wir fast unten, Leute. We are fast unten. Ja, jetzt muss ich runter. Läuft ja nix. So und so. Und, warte. So, jetzt müssen wir mal da wieder hoch. Wie kommen wir jetzt da wieder hoch? Hallo. Ja, okay. Hm, ja. Ja, okay. 20-25-27-27-21-25-27-28-25-26-25-29-15-25-25-26-85-27 je